Ja, wann merkst du, dass du zu viele MMOs gespielt hast? Wenn du im Krankenhaus nicht nach einem Arzt, nach einem Arzt fragst, sondern nach einem Kleriker. Ja, I see dead people. Hey, wer hat das gemacht? Boah, ich das jetzt auch wieder kennen. Ja, ich habe das gemacht. Irving. Er ist weg. Es war ein Setup. Ein Setup? Was ist das? Es ist dead, aufgrund der Behandlung. Ich habe es aus dem Computer. Oh, du musst in H.Q. Hey. Hey, häng da rein. Nee, der hält nicht mehr durch. Ich habe jemanden gesehen, aber sie rief. Kurt, hast du kapiert? We got the data. But Alpha Team is down. We've been got away. Das ist wieder das Faxgerät. Aha. Delay the data from the vehicle at the storage facility. Copy that. Ja. Und weiter geht's. Was ist denn die ganze Munition eigentlich, ja? Was ist denn die ganze Munition eigentlich, ja? Ich habe keine Munition. Tantgranate. Ich weiß nicht, die Granaten sind wahrscheinlich unheimlich stark, aber ich benutze sie einfach nie. Es gab auch schon Momente, in denen ich sie benutzt habe. Also im Gegensatz zu Chris öffnet Sheva die Tür natürlich viel, viel besser. So ein Pseudo-Roundhouse-Kicker. Nee. Sie stößt sie sehr grazil mit den Händchen auf. Echt? Ja. Ich werde sie beim nächsten Mal demonstrieren. Hm, welche Tür ist denn die nächste? Ah, die da. Nimm die so lang. Ich, ich, ich nehme mal die, ne? Jetzt pass mal auf. Lecker. Das kann ich auch. Nee. Ein kleiner Rambo kann das nicht. Doch, guck, hier. Ja. Drück mal zweimal F schnell hintereinander. Aha. Nee. Okay. Sie ist einfach zart. Gut. Der wartet auf uns da hinten. Nee. Wenn der gleich aufspringt. Nee. Er tut's nämlich nicht. Dann wäre ich wirklich erschrocken, wenn der jetzt gleich nochmal aufstehen würde. Also. Das wäre dann. Super-GAU. Für mich. Oi. Ah. Ach. Ja. Das ist echt… Wie gesagt. Messerkurs. Oh. Ja. wäre vielleicht gar nicht so schlecht, hast recht. So. Also, nochmal. Schlüssel rein, Tür auf, durch, halt zu, Schlüssel drehen, aber nein. Nicht noch, dass er bald den Schlüssel noch fallen lässt. So, das Ding hat gerade Haufen weiße Leute umgenetet, die super ausgerüstet waren. Ja. Und er denkt sich, nee, ich schieße mal mit der Pistole drauf. Ja. Ich piek's den mal ein bisschen an. Richtig. So, bei Vater Gibbel, Gibbel kommt, renne ich weg. So. Bleibst du da vorne stehen, dann geh ich ein bisschen zurück. Ich spür das mal mit dem Gas hier. Ah. Aber du willst es nicht so töten. Ja, doch. Wir sperren den trotzdem ein. Ja. Na, fliegen die Tentakel. Ja. Es klippert vor sich her. Ah, es kommt gleich unter uns wahrscheinlich. Ne, da vorne. Aber da. Lauf gesprungen. Gut, ich lauf auch. Es kommt. Äh, geh weg. Ja, ja, ja. Ja, das hat wunderbar funktioniert. Du solltest zurückkommen. Meinst du? Ja. Es kommt. Geh du durch. Ich spiel ein bisschen damit. Hm, drücken. Schön aufhalten, dass es nicht da rauskommt. Okay. Zu spät. Zu spät. Mist. Das hat eben auch besser geklappt. Ja. Letztes Mal hat es wirklich besser geklappt. Ich glaube, ich muss das schon mal starten, dann ist es noch nicht wirklich drin. Es kommt. Starte. Oh, es bleibt stehen. Okay, das läuft weiter. Ja. Selber gut. Zuschauen, was regiert wird. So, weg. Jamie Oliver. Ja, das sieht doch ähnlich aus. Würmchen. Würmchensuppe an... Schwarzen Cliver-Schleim. Genau. Graniert mit Minch. Und Schrotwindenkugeln. Genau. Sehr lecker. Ja. Komm schon! Ja, ich mach dir die. Bitte schön. So. Dann sind wir hier auch schon wieder draußen. Ja. Dann haben wir wieder alles das aufgeholt, was wir heute Morgen schon mal gemacht haben. Genau. Den ganzen Morgen haben wir schon, ähm, Terabytes aufgezeichnet. Genau. Ja. Big Brother is watching you. Let's go. Got it. What was that thing? B.O.W., that scumbag Irving left behind to set us up. Considering what it did to Alpha Team, I think we're lucky to still be breathing. If only we could have gotten there sooner. If we had, we'd probably be dead too. Chris, to HQ. Do you copy? This is HQ. Excellent work out there. We'll analyze the data immediately. This whole town's gone to hell. The people here, they're acting like those Ganado detailed in the Kennedy report. And aside from that, there's something new. Something we've never encountered before. Our transportation has been taken out too. Requesting a mission update. The mission stands. Capturing Irving is your top priority. We believe we may have fled to the mines on the other side of the train station. Wait. We're the only two left. You want us to go in there alone? Delta team have been dispatched and are on their way. They'll assist you in locating and apprehending Irving. But wait, we can't. We can't afford to let them get away. So, see the lines beyond the station. Over and out. This is insane. You get the feeling you're dispatched? And then we'll be back to Sylvester Stallone. I could also say Dolph Lundgren or Mickey Rourke or Chad Lee or Jason Statham. Aber, nee. Besiegte Gegner. Sag mal, was machst du eigentlich da die ganze Zeit? Okay, dafür triffst du mehr wie ich. Ich hab mich ja mehr damit beschäftigt, die Kisten aufzuhauen. Richtig. Mit deinem Messer. Genau. So, ich würde jetzt erstmal die Schrotflinte hier verkaufen. 200. Na, danke schön dafür. Ja, viel gibt's nicht. Ah. So, aber, wie gesagt. Wir werden jetzt hier auch, glaube ich, nochmal eine kleine Pause machen. Brauchen und ich muss mir noch was zu essen machen irgendwann mal. Früher oder später. Wäre vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Zu essen? Ja, so, so. Ich weiß nicht, ich krieg irgendwie Hunger, wenn ich das Spiel spiele. Geht mir nicht anders, also. Nee, würde ich sagen, pausieren wir das hier. Jetzt haben wir ja wieder das aufgeholt, was wir nochmal gemacht haben. Genau, was wir wollen. Verbockt haben. Ja, fairerweise, was ich verbockt habe. Nee, dein Computer. Ah, Mist. Äh, ja. Das wollte ich eigentlich nicht. Danke dafür. So. Gut. Dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme wieder. Ja, bis gleich. Bis dann. So, und da sind wir auch schon wieder. Äh, kurz. Angst, Pippi und Rauchen gewesen. Genau. Weil wir wissen ja, was jetzt kommt. Ah, ich mag das Level nicht. Ich find das doof. Gefällt irgendwie dieser Kettensägenkerl nicht so sonderlich gut. Ja. So. So. So, wir sammeln hier nochmal schnell alles ein. Siehst du, wie das hier mit dem Messer funktioniert? Äh, ja. Gut. Guck da, ich hab geübt. Brav. Ha, 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 ha. Okay, gehen wir mal weiter. Ja. Ach, Kettensägenkerl. Nah. Ja, erst kommen jetzt mal die Hunde. Hunde? Aha. Oi. Ha, ha, ha. Gut. Ganz vergessen den Part. Denk dran, dass hier überall diese Minen angebracht sind. Ich hab mal gesagt, dass wir da sind, ne? Ja. Das ist sehr nett. Oh, da oben steht er. Ein Kollege mit der Armpost. In unserem Loot kommen wir jetzt natürlich nicht mehr ran. Schießt du jetzt schon mit der Schrotflinte? Nein. Ja, ich muss natürlich üben, ne? Sehen. Boah. Die Drecksau. Äh. War noch nicht klar. Das kriegen wir auch von hier noch nicht.